Hallo zusammen, mich hier ist wieder, tschüss, wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um einen Mount aus der Protosynthesenspiele. Und zwar haben wir hier den Bronzeflügel Vespiden. Und dieses Mount sieht auf jeden Fall recht schick aus. Wir können uns auch gleich einmal das Mount Special anschauen. Machen wir das mal so. Seht ihr das, da flitzt es wie wild rum. Es gibt übrigens auch noch einige andere Vespiden, die wir uns bauen können. Da werde ich euch dementsprechend dann auch nochmal Videos aufnehmen. Jetzt würde ich sagen, schauen wir erstmal rein, welche Schritte wir erledigen müssen, um das Mount craften zu können. Als allererstes müsst ihr dann erstmal die Protosynthesenschmiede freischalten, um dementsprechend die Mounts craften zu können. Wie schalten wir diese Protosynthesenschmiede frei? Einmal kann ich es euch kurz zeigen auf der Karte. Wir sind auf den Koordinaten 70, 28. Da befindet sich diese Protosynthesenschmiede, aber erst wenn ihr eine Forquest bewältigt habt. Diese Forquest kriegt ihr erst dann, wenn ihr quasi einmal euren Fortschritt hier in der Zonenkampagne auf Minimum 3 von 7 habt. Dann habt ihr nämlich hier in der Höhle des Verbanden eine Konsole freigeschalten. Und diese Konsole befindet sich hier gerade hinter mir. Und die schimpft sich einfach Chiffrin-Konsole. Bei der Chiffrin-Konsole müssen wir dann folgendes skillen. Und zwar Verständnis des Sopranesischen. Das ermöglicht euch hier mit Soar Thomas zu interagieren. Und unter anderem verbessert euer Verständnis der Synthesenschmiede. Und ermöglicht es euch die Entdeckung und Erschaffung großer Kreaturen. Diese großen Kreaturen sind einmal quasi die Reittiere. Und diese Geschichte brauchen wir dann einmal. Wenn wir das hier fertig geskillt haben, dann kriegt ihr eine Quest. Und zwar hier im Lager Hult des Pilgers. Und hier bei der Schatzkiste seht man auch nochmal die Schritte, die wir absolvieren müssen. Wir müssen einmal die Quest Finde Tali abschließen. Das sind etwa so 10 Quests, die dann hier in dem Elite-Bereich spielen. Denn sobald wir das gemacht haben, sind wir für den ersten Tag so weit mal fertig. Und sobald dann ein Tag vergangen ist, bekommen wir eine zweite Quest. Und zwar die verlorenen Komponenten. Die bekommen wir auch von Tali. Die startet einmal auch wieder in der Hult des Pilgers. Schickt uns dann nochmal zur Protosynthesenschmiede. Und dort können wir dann die Quest abgeben. Kriegen schon mal ein paar Muts für das erste Mount. Auch den ersten Plan, den ich euch schon in dem Video gezeigt habe. Und ab dem Zeitpunkt haben wir dann hinter mir diese Protosynthesenschmiede freigeschalten. Das ist das hier. Und dann habt ihr erstmal nur einen Plan. Und dann sollten wir als nächstes lostickern und die anderen Pläne holen. Und fürs Mount habe ich euch schon mal den Plan rausgesucht, wie wir den bekommen. Und da schauen wir jetzt mal rein. Dann kommen wir zum Plan Bronzeflügel-Westpied. Und das befindet sich jetzt hier auf den Koordinaten 50, 31. Da waren wir schon mal für einen anderen Plan drin. Ich habe bloß vercheckt, dass hier noch einer in der Höhle ist. Und da müssen wir einfach in die Höhle reinlaufen. Und können den einfach in so einem kleinen Kasten, würde ich jetzt mal das betiteln, rausluten. Sieht man relativ schlecht. Muss man fast wissen, dass das da drin liegt. Also müssen halt hier rechts hoch. Und dann seht ihr, hier drin ist dann einfach das Rezept drin. Also mehr ist es nicht. Wenn wir jetzt hier die Map aufmachen, also ihr kommt hier rein, lauft hier hoch. Und dann haben wir hier das Ding drin. In der Minimap ist es halt auf 48, 39. Nochmal die große. Also quasi da ist dann der Eingang rein. Und dann könnt ihr dementsprechend das Teil hier rausluten. Sobald wir uns dann den Plan besorgt haben, können wir einmal den Bronzeflügel Vespiden bauen. Und dafür brauchen wir folgende Materialien. 350 Genesis Partikel. Dann brauchen wir einen unlegierten Bronzebarren. Und dann brauchen wir noch ein Vespidengitter. Und ja, sobald wir die Materialien haben, können wir den einmal craften. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt erstmal, wo ihr die Materialien herbekommt. Dann kommen wir zum ersten Item. Und zwar den Genesis Partikeln. Diese Partikel könnt ihr in der kompletten Zone von nahezu allen Mobs looten. Sprich, wenn ihr nebenbei euch die anderen Materialien farmt, beziehungsweise ihr hier am Questen seid, kriegt ihr die sowieso nebenbei. Ihr könnt es aber auch speziell forcieren und an einem Spot farmen. Ich habe hier meine 18.000 schon zusammengefarmt. Ein bisschen mehr als 18k braucht man nämlich, um alle Mounts und Pads einmal craften zu können. Wo befinden wir uns genau? Wir sind hier auf den Koordinaten 42, 73. Und hier in diesem Bereich gibt es Verschlingermobs. Diese Verschlingermobs haben den Vorteil, dass sie auch so Portalen spawnen. Und die spawnen irre schnell nach. Heißt, man kann die hier mit einer Gruppe eigentlich durchgehend umboxen und halt da am effizientesten tatsächlich dieses Zeug farmen. Wenn ihr das in der Gruppe machen wollt, dann gebt hier am besten Mode ein oder Genesis Mode. Das ist der englische Name von diesen Genesis Partikeln. Und da gibt es eigentlich genug Gruppen. Einfach rein queuen. Ihr könnt es in einer 5-Mann-Gruppe machen. Raid macht keinen Sinn. Oder ihr könnt auch in einer 2x4-Gruppe machen. Das bedeutet, es sind zwei 4-Mann-Gruppen. Und die können dann quasi auch die Mobs alle looten, wenn sie sie dann alle antacken. Ich kann euch noch ein, zwei Tipps geben. Ich habe es bis jetzt meistens an dem Portal gefarmt. Dann kann man eigentlich die zwei immer zusammen weghauen und hier so ein bisschen außen noch mit ranziehen. Oder hier hinten an dem Portal, da sind meistens drei Mobs. 1, 2, 3 sind die da meistens. Und dann kann man auch noch ein paar von außen mit ranziehen. Ihr könnt es auch so ein bisschen AFK farmen, indem ihr euch einen Buff holt. Und zwar Toxitalisch schimpft sich das. Ich kann das euch einmal zeigen. Ich pull jetzt mal ein, zwei Mobs hier einfach ran. Und zwar gibt es einen Buff. Toxitalisch heißt der. Den kann man sich einmal über die Buff-Konsole holen oder auch sockeln. Und der verursacht einfach folgendes. Fügt bis zu 5 Gegnern innerhalb von 40 Metern. Alle 5 Sekunden 6% ihrer maximalen Gesundheit als Schaden zu. Elite-Gegner leiden 2% ihrer maximalen Gesundheit. Also bei so Rares, die ein paar Millionen Live haben, haut das irre Schaden raus. Und ihr seht, ich mache hier gar nichts. Und ich fahre einfach 2-3k DPS. Das ist einfach nur Toxitalisch passiver Damage. Die Gegner kriegen also die ganze Zeit Schaden. Und wenn ihr in Gruppen seid. Ich sage mal so, die meisten Gruppen haben es jetzt nicht so gern, wenn ihr komplett AFKt. Weil sie dann die Arbeit macht. Wenn ihr aber Toxitalisch drauf habt, dann macht ihr ein bisschen Damage. Und wenn ihr alle zwei Minuten lootet, dann reicht es. Ich habe meistens nebenbei so ein bisschen Filme angeguckt, wenn ich das hier gefarmt habe. Weil man schon doch eine Weile dran ist. Und solange man Toxitalisch drauf hat, muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt die ganze Zeit durchprügeln. Ihr habt ein Fenster von zwei Minuten, wo ihr immer einmal looten solltet. Denn nach zwei Minuten verschwindet normaler Loot. Wenn blaue Sachen oder epische drin sind, dann halt glaube ich bis zu einer halben Stunde. Das ist aber jetzt hier für den Farm irrelevant. Ihr solltet alle zwei Minuten looten. Wo kriegt ihr diesen Sockel her? Beziehungsweise wie funktioniert das? Ihr könnt einmal bei eurer Skill-Konsole in der Höhle des Verbanden in der zweiten Reihe ein paar Sachen skillen. Und zwar braucht ihr hier das erste bei Akularisch. Und dann am besten hier noch die anderen Sachen mitskillen. Hier das letzte ist, dass man den Sockel einmal reinsockeln kann. Und die anderen Sachen erhöhen die Zeiten von den normalen Buffs. Wie funktioniert das? Wenn ihr das erste geskillt habt, dann könnt ihr mit dieser Verstärkungskonsole interagieren. Und wenn ihr damit interagieren könnt, könnt ihr dementsprechend euch Buffs aussuchen. Hier zum Beispiel, da haben wir es schon toxetonisch. Das könnt ihr euch holen. Oder auch andere Buffs. Diese Buffs halten normalerweise, wenn man sie sich draufhaut, eine Stunde. Man kann sich aber diese Sockel-Items auch reinsockeln, wenn man das letzte in der Konsole unten geskillt hat. Und dann sind die quasi permanent. Also toxetonisch kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich einmal dauerhaft mitzunehmen. Macht auf jeden Fall Passive-Damage, ohne dass ihr großartig was machen müsst. Ihr müsst nur mit den Gegnern im Kampf sein. Oder ihr haut da ganz normal drauf. Das ist quasi euch überlassen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns die anderen Sachen noch ein. Achso, eine Anmerkung noch. Ich werde euch jetzt gleich noch zeigen, wo man auch die Gitter zum Beispiel herkriegt. Ihr könnt euch alle Gitter unter anderem auch im Auktionshaus kaufen. Manche sind sogar auch relativ günstig. Also ihr müsst die nicht unbedingt farmen. Das könnt ihr euch so ein bisschen überlegen. Wenn ihr ein bisschen Gold überhabt, dann würde ich empfehlen, die einfach im Auktionshaus zu kaufen. Und dann spart ihr euch das ein oder andere an Farmzeit. Dann kommen wir als nächstes zum Vespiden-Gitter. Diese Vespiden-Gitter droppen alle Vespiden. Und zwar haben wir Vespiden einmal hier relativ viele. Also in dem Bereich. Und dann haben wir nochmal hier auch relativ viele Vespiden. Im Endeffekt kann man hier die alle zusammenziehen und töten. Dann hier rüber fliegen, die alle zusammenziehen und töten. Und wieder zurück. Also immer hin und her. Das geht sich eigentlich relativ gut aus. Also hier seht ihr, das sind diese ganzen Vespiden-Mobs hier. Zum Beispiel die Vespiden-Drohne hier hinten. Und da seht ihr, da haben wir doch relativ viele, die wir hier mitnehmen können. Dann kommen wir zum nächsten Material hier. Und zwar den unlegierten Bronze-Bahn. Der ist jetzt ein bisschen tricky zu bekommen. Ihr könnt ihn nämlich einmal die Woche über eine Konsole kriegen. Und zwar könnt ihr mit der interagieren und könnt dann einen von diesen verschiedenen Texten auswählen. Und dementsprechend, wenn ihr den vierten auswählt, habt ihr eine 10%ige Chance, diesen Bahn zu kriegen. So, jetzt mal von Anfang an, wie kommen wir zu der Konsole? Als allererstes müssen wir mit einem Char auf jeden Fall schon mal hier den Kampagnenfortschritt 6 von 7 freigeschalten haben. Wenn ihr das habt, braucht ihr auch noch zusätzlich Verständnis des Altesischen. Das könnt ihr bei Firmen in der Konsole skillen. Also Altesischen skillen und 6 von 7 haben. Wenn ihr 6 von 7 habt, dann könnt ihr auch fliegen bzw. habt hier dieses Port-System freigeschalten. Wichtig ist jetzt, dass wir uns eine zusätzliche Rune holen, um uns quasi in diesen geheimen Raum reinporten zu können. Also ich fliege jetzt mal ein bisschen raus. Ihr seht, hier ist die Straße. Wir sind jetzt hier auf den Koordinaten 48, 25. Wir müssen jetzt hier hinterher in eine Höhle reinfliegen. Also hier ist die Straße und hier geht es unten in eine Höhle rein. Und in dieser Höhle drin haben wir dann dementsprechend hier links eine Rune. Diese Rune können wir anklicken und dann haben wir einen neuen Ort entdeckt. Jetzt müssen wir einmal hier raus und unseren Balken hier am besten, ja füllt ihn am besten voll oder zumindest 60 Energie solltet ihn hochfüllen. Dann gehen wir hier in die andere Höhle rein. Ich zeige es nochmal auf der Map. Das sind wir jetzt auf den Koordinaten 50, 31. Und hier ist es so, dass ihr dieses Port-System drin habt. Das haben wir mit der quasi Kampagne freigeschalten. Jetzt porten wir uns in diesen mittleren Raum rein. Also hier einfach links, internen Locus-Gedönse. Und sobald wir uns hier reingeportet haben, laufen wir einmal auf die andere Seite und haben das andere Port-System. Und zwar seht ihr, hier haben wir jetzt andere Räume. Ich habe jetzt hier schon vier freigeschalten, fünf gibt es insgesamt. Die braucht man unter anderem noch für einen Patten-Mount-Plan und für andere Schätze-Gedönse. Wir wollen uns jetzt aber hier in den mittleren Porten, den wir eben freigeschalten haben, bereichernde Alkoven heißt das. Da porten wir uns jetzt rein. Da brauchen wir nämlich nochmal ein bisschen Energie, deswegen 60 sollte der Minimum haben. Und dann sind wir hier, wo die Konsole ist. Jetzt klicken wir die Konsole an, klicken auf das vierte und ich kriege nochmal einen Barren raus. Ich weiß nicht, ob Blizzard das gebufft hat. Es hieß eigentlich, auf WoW-Head, das hat eine 10%ige Drop-Chance. Man braucht auch nur zwei Barren. Heißt, wenn, dann war ich jetzt ein richtiger Lacker oder die haben die Prozentschance hochgesetzt. Die Geschichte ist, die anderen Sachen könnt ihr jetzt nicht mehr drücken. Ihr könnt immer nur eins pro Woche auswählen und dann müsst ihr eine Woche warten. Wenn ihr jetzt nicht so ein krasses Lack gehabt habt wie ich und dementsprechend nur einen Barren oder gar keinen rausgekriegt habt, dann müsst ihr halt ein paar Wochen warten, bis ihr dann dementsprechend alle zusammen habt und dann könnt ihr eure Mounts bauen. Insgesamt braucht ihr für zwei Mounts das Ganze. Also wenn ihr zwei habt, dann seid ihr aus dem Schneider. Sobald ihr euch dann den Planen gefarmt habt, beziehungsweise auch alle Matts besorgt habt, könnt ihr dann einfach hinter mir bei dem Kollegen hier das Mount erstellen. Da gibt es natürlich nicht nur einen Mount, sondern es sind insgesamt 24 Stück. Dazu habe ich auch schon ein komplettes Video gemacht, wo es dementsprechend jeden einzelnen Plan gibt, in einem quasi gesammelten Video. Dann habe ich ein Video erstellt, wo man alle diese Sondermaterialien für die Mounts herbekommt. Ich habe auch ein Video erstellt für alle Gitter. Und dann gibt es noch diese Schimmer-Items, die man nicht für die Mounts braucht, aber für die Pets. Und dort habe ich auch nochmal ein gesondertes Video erstellt für alle Schimmer-Items. Sprich, wenn ihr euch gesamt diese Matts farmen wollt, sind diese Videos ideal, um euch zu zeigen, wo ihr jedes einzelne herbekommt. Zusätzlich werde ich jetzt für die anderen Mounts natürlich auch nochmal kleine extra Videos aufnehmen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns vielleicht in einem der nächsten Videos wieder. Euer Tala. Bis zum nächsten Mal. Ciao.